Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar streame ich jetzt live auf Twitch das Leben über GTA 5 Und ja, ich werde aber ein bisschen klar, ein bisschen Unsinn treiben und ihr könnt gerne zuschauen, vielleicht auch mitmachen, falls ihr selbst GTA 5 habt Und ja, ich werde ein bisschen Spaß haben, also bis gleich Leute und Link dazu in der Beschreibung Und ja, ich werde ein bisschen Spaß haben, also bis gleich Leute und Link dazu in der Beschreibung